Laser Luca und Peyton waren das Traumpaar der Influencer-Welt Deutschlands. Ihre Beziehung wollten sie sogar durch eine gemeinsame Wohnung im August 2022 besiegeln. Doch leider hielt die Liebe nicht lang und die beiden gaben im September 2022 ihre Trennung bekannt. Über die Details sprachen Laser Luca und Peyton nicht – bis jetzt. Denn nun gab der YouTuber in einem Gaming-Livestream einen kurzen Einblick in die Trennung, wie ein Video auf dem TikTok-Account T-Toker zeigt, soll Laser Luca sich von Peyton getrennt haben. Ich wurde auch noch nie verlassen – auch weirder Flex, hört man Laser Luca in dem Video sagen. Anscheinend fand die Beziehung zu Peyton Ramola durch Laser Luca ein Ende. Nur.